ja hi leute ich habe für euch ein neues video zusammengeschnitten diesmal geht es um ein kleiner r8 rennstreckenfahrt sag ich mal der benny ein guter kollege von mir und seine familie haben seinen vater der r8 hat weil sie so eine rennfahrt für einen tag an der rennstrecke spa geschenkt ja und er hat ein paar videos dazu gemacht und ich habe sie zusammengeschnitten und ja würde mich mal interessieren ob ihr schon erfahrungen auf der rennstrecke gemacht habt oder was sie noch so empfehlen könntet weil er hatte so erfahren der bildsterberg so richtig geil sein nürburgring auch und ja würde mich mal interessieren wie ihr das so seht und ob ihr sowas machen würdet und über ein like und abo natürlich würde ich mich wieder freuen und wie immer viel spaß mit dem video und bis die tage so der ist der ist ist Das ist ein Dramat. Das ist ein Dramat. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020